Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir ein kleines Roblox Let's Play machen. Und zwar werden wir heute den, äh, hier diesen Schnellheits-Simulator spielen. Und darin geht es darum, wer am schnellsten ist. Und ich habe jetzt schon 48 Speed gesammelt, am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt, wie das jetzt funktionieren soll. Aber dann habe ich es gecheckt, weil man muss immer diese Energy Drinks trinken. Ja, und das ist eigentlich ganz gut. Ich mache mal kurz die Roblox-In-Game-Musik leiser und wir sehen uns dann gleich. So, und jetzt den hundertsten einsammeln. Ja, 102 haben wir jetzt. Hier einmal den einsammeln auch noch. Hier, wir müssen einfach mal ganz durchlaufen. Und nebenbei muss ich, äh, darf ich auch nicht vergessen, die Energy Drinks zu trinken, weil die helfen uns extrem weiter. Also ihr könnt uns schon, also ihr könnt schon sehen, wie schnell ich jetzt bin. Ähm, Pet Shop Sell. Hier. Hier müssen wir dann, äh, verkaufen. Und hier kommen wir gar nicht mehr raus. Wir müssen nämlich die ganze Zeit diese Teile hier trinken. Trinken, trinken, trinken. Komm, trinken, trinken, trinken. Leute, ich hab das fast vergessen, aber Leute, ich muss euch erstmal eine kleine, äh, Story von gestern erzählen. Leute, ich war so dumm. Ihr müsst euch einfach mal geben, was ich gestern gemacht hab. Gestern, äh, gab's halt Essen dann. Nach meiner Aufnahme, die ich nicht hochladen werde, weil ich da zu viel geredet hab. Ähm, und dann, äh, als wir beim Essen holen waren. Also, ja, das haben wir bei uns gemacht. Also meine Mama hat das gemacht. Und, äh, dann habe ich, weil ich mein Teller, weil ich hab immer Angst, wenn ich mein Teller auf, äh, die Heldplatte stelle, dass es dann, äh, kaputt geht. Das ist dann so explodiert, ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren, ich weiß das gar nicht. Ähm, aber ich hab dann darauf gefasst, auf jede, so ganz kurz, nicht lange, äh, und, ähm, um zu testen, welche denn jetzt, ähm, die heiße ist. Äh, und ich hab dann auf die eine gefasst. Da war gar nichts richtig drauf, also war ein ganz bisschen heiß. Ähm, und... Dann hab ich auf die Nis gefasst, war auch nicht so richtig heiß. Und als ich dann auf die letzte gefasst hab, Leute, ihr wisst gar nicht, Alter, ich hab so eine Verbrennung gerade am Finger. Ich weiß, ich kann trotzdem noch spielen. Oh Mann, kann ja mal diese Dings einsammeln. Ich weiß, ich kann trotzdem noch spielen, aber es tut trotzdem weh. Ich hab jetzt eine Brandblase von gestern. Ähm, ich vergesse die ganze Zeit, den Energydrinks zu trinken, Leute. Äh, ich möchte erstmal noch nicht mitmachen, die muss ein bisschen schneller werden. Ähm, hier, ein bisschen was einsammeln. Gibt's ja eigentlich auch schon zweites, ne, hier gibt's für 30.000, für 4200. Was ist das? Ist das VIP? Ich glaub, das VIP, ja, VIP ist das. Ähm... Wir müssen immer noch nebenbei noch diese Drinks trinken, Leute. So, äh, einmal wieder, ne, nicht auf den Shop, oder? Aber wir könnten uns der Böse auch. Und 250er kaufen. Wie viel gibt der uns? Äh, eins. Mal gucken. Der gibt uns diesmal 5 jetzt. Da werden wir richtig viel schneller. So, ist das hier verkaufen? Ne. Das ist für Roblox. Äh, für Roblox. Ich geh mal kurz verkaufen. Jetzt sind wir wieder ganz langsam. Jetzt haben wir wieder 300. Vier... Hallo, bitte, 400. Komm. Ja, 461 haben wir jetzt. So, jetzt... Geh ich zum... Oder? Ich will mal gucken, wie viel ein Pad kostet. Ob man sich das... Für 25k... Kann man sich das erste kaufen? Angel, Fly... Bad. Ähm... Alle. Also, okay, ich glaub, ich muss erstmal auf 25.000 sparen. Okay, ähm... Wie kommt man hier aus dem Shop raus? Oh, ne, nicht schon wieder sowas. Ich frag mich, wie man das hier ausblenden kann. Ich will das gar nicht haben. Ich komm irgendwie raus. Leute, es hat gerade ein Rennen gestartet. Ich möchte das kurz mit euch machen. Nein, los. Hab ich gewonnen? Oh mein Gott, Leute, ich hab gewonnen. Keine Algo. Nein. Ich hab noch keine 12.000. Jetzt hab ich nämlich 3.000. Leute, das ist mal krass. Ich hab 1.000 dafür bezahlt, dass ich da mitmachen kann. Die anderen waren halt nicht so gut, glaub ich. Man bezahlt ja immer 1.000 für ein Rennen. Deswegen hat das jetzt eben auch nicht funktioniert, weil wir jetzt eben zu wenig hatten. Ja. Und jetzt hab ich einfach bei diesem Rennen gewonnen. Ich hab einfach... irgendwie gerannt. Und jetzt hab ich einfach gewonnen. So, ähm... Jetzt gleich müssten wir auch schon die 4,2.000 haben. Boah, hab ich das Gericht gesehen? Guck mal, da sind blaue. Blaue sind hier. Nein? Äh, blaue? Ich möcht die haben. Leute, ich möcht die haben. Ich möcht die blauen haben. Leute, meiner rennt schon zu schnell. Ich kann die gar nicht mehr richtig einsammeln. Komm. So. Ja, jetzt hat das eingesammelt. Jetzt gehen wir mal wieder verkaufen. Jetzt haben wir 3,5. Leute, wir sehen uns.